Hey Leute, ich bin's wieder. Ich grüße euch zu diesem doch sehr wunderschönen Tag, muss ich mal behaupten. Aber trotz alledem, ich hab hier noch einen für euch aufgeschnappt. Alter Schwiede. Bodybuilder? Junge, Junge. Ein Bodybuilder kommt zur Samenspende. Die Schwester gibt ihm ein Röhrchen für den Samen. Bodybuilder. Das ist aber zu klein. Daraufhin gibt ihm die Schwester ein Marmeladenglas und er verschwindet hinter einem Vorhang. Nach einer Weile hört die Schwester ein ungeheures Gestöhne. Schwester. Kann ich Ihnen helfen? Bodybuilder. Haben Sie vielleicht mal ein Handtuch für mich? Sie gibt ihm ein Handtuch und er verschwindet wieder hinter dem Vorhang. Nach einer Weile wieder das Gestöhne. Schwester. Kann ich Ihnen helfen? Bodybuilder. Ja. Können Sie bitte das Handtuch anfeuchten? Sie macht das Handtuch nass und gibt es ihm. Nach einer Weile wieder ein unglaubliches Gestöhne. Schwester. Kann ich Ihnen helfen? Der Bodybuilder öffnet mit hochrotem Kopf den Vorhang und sagt. Oh ja. Bitte. Würden Sie für mich das Marmeladenglas öffnen?